Willkommen zum Kapitel 3, Grundlagen des WEBS, Hypertext Transfer Protocol. Zur Linken sehen Sie die Reaktion auf Ihre Wünsche, doch etwas wie ein Skript anzubieten. Das erlaubt uns nicht die Zeit, ein komplettes Skript selbst zu schreiben. Wir benutzen WEBS 2.0-Ressourcen, nämlich Wikipedia. Und ja, ich bin ein Verfechter der Seriosität der Beiträge in Wikipedia. Es ist ein Reader, das heißt eine Sammlung von Artikeln, die Sie begleitend zum Studium des Faches Web Engineering verwenden können und bestens als Vorbereitung auf die Zertifikatsprüfung. Auch das war ein Wunsch von Ihnen, die Lernziele klar zu definieren zu Beginn eines Kapitels. Das tue ich hiermit für Kapitel 3. Am Ende dieser Lernanheit sollen Sie wissen, dass das Medium Web aus unserer Sicht gesehen sehr einfach gestreckt ist. Wir benutzen das Web, die Applikationsschicht HTTP als Entwicklungsplattform und als Laufzeitsystem für unsere Anwendung. Konkret werde ich Sie in den Protokollstapel einführen. Sie wissen, dass HTTP auf TCP over IP agiert. Und wir werden uns die Kommunikation zwischen einem HTTP-Client, in der Regel ein Browser, und einem HTTP-Server im Detail ansehen. Mit Hilfe von Entwicklungstools wie Firebug oder WGET oder anderen. Sie sollen lernen, dass es in den letzten Jahren einen Major-Versionswechsel gab von Web 1.0, was nie so hieß, nach Web 2.0, was so heißt, was die meisten von Ihnen vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben. Wir haben das Mitmach-Netz, die Interaktion, die Partizipation, Social Media, all das spielt dort rein. Und das ist nicht so lange her, gerade mal vielleicht acht Jahre, dass wir jetzt auch Seiten anbieten im Web, die der Benutzer in seinem Browser verändern kann. Das ist im Wesentlichen Web 2.0. Am Ende des Kapitels sollen Sie an Fertigkeiten mitgebracht haben, im Terminal natürlich sich wieder zu bewegen. Und das Netz, in diesem Fall das Web, dahingehend zu analysieren, dass Sie Webseiten herunterladen oder ganze Websites, um diese beiden Begriffe nochmal deutlich zu machen. Eine Webseite ist eine einzelne Datei und Seite ist metaphorisch gesehen im Web leider nicht treffend, weil Sie scrollen dort und es ist keine DIN A4 Größe oder sonstige Layouts. Eine Website umfasst alle Seiten eines Auftritts, einer Präsenz unter einer Domain, beginnend mit der Startseite. Und der Linux-Befehl Weget erlaubt es Ihnen, auf der Konsole diese Ressourcen runterzuladen. Im Firefox-Add-on REST Client werden wir den Server hinsichtlich seiner HTTP-Spezifikation befragen und schauen, wie er reagiert. Und wir werden, wie angekündigt, explizit uns, da HTTP-Text basiert ist, die Anfragen betrachten und die Antworten des Servers. Und wir werden, wie angekündigt, explizit uns, die Anfragen betrachten und die Anfragen betrachten und die Anfragen betrachten und die Anfragen betrachten. .